Es gibt Neuigkeiten bei unseren Kundenprojekten, und zwar zum Thema Buchfunnels für Coaching- und Beratungsunternehmen. Ob sich das 2024 noch lohnt, das erfährst du jetzt. Mein Name ist Alexander Kraus, ich bin Geschäftsführer der Digital Honeycomb GmbH. Zusammen mit meinem Team unterstützen wir Coaching- und Beratungsunternehmen dabei, über ihre Online-Marketing-Maßnahmen sechsstellige oder mehrfach sechsstellige Monatsumsätze zu erzielen. Wie lohnt sich ein Buchfunnel dieses Jahr in 2024 überhaupt noch anzufangen zu machen oder auch fortzusetzen? Vielleicht hast du auch schon ein Buch und überlegst, ob du es nochmal als Kampagne vermarktest. Und nochmal kurz so im Kontext zu schaffen, was ist dieser Buchfunnel oder was meine ich damit? Es geht hier um Bücher im Eigenverlag, das heißt also nicht, dass du mit einem externen Verlag ein Buch herausgebracht hast, sondern dass du in deinem Eigenverlag ein Buch herausgebracht hast. Das heißt, du hast es selbst geschrieben oder mit Hilfe geschrieben, das geht natürlich auch, und hast dich selber um alles gekümmert. Hast also dieses Buch entweder bei dir im Büro oder in einem Lager liegen und kannst es eigenständig verschicken, kannst selber deine Preise für dieses Buch festlegen. Das sind Bücher im Eigenverlag. Du musst dich nicht absprechen mit einem anderen Verlag, was Preise und Verkäufe deiner Bücher angeht. Und der Buchfunnel als solcher funktioniert in der Regel so, dass es irgendwie Traffic, logischerweise, der auf diese Seite kommt. Das ist eine Verkaufsseite für dein Buch. Und auf dieser Verkaufsseite kann dein Buch dann gekauft werden, entweder zu einem regulären Verkaufspreis oder es ist kostenlos zu erwerben. Und jemand beteiligt sich nur an den Versand- und Produktionskosten. Und dann bekommt die Person das aus deinem Lager zugeschickt, das Buch. Und diese Bücher dienen meist dazu, um Vertrauen aufzubauen, um Leads und Interessenten zu gewinnen, um sich selber als Experte noch stärker zu positionieren. Da halt ein entsprechender Aufwand hinter so einem Buch steckt und dass auch jeder, ob das B2B oder B2C ist, weiß, dass da ein Aufwand hinter steckt und es deshalb nicht jeder macht, kann man sich damit ganz gut von der Masse abheben. Um jetzt zu der Frage zu kommen, ob sich das 2024 noch lohnt, kann ich schon mal zu Beginn sagen, ja, das lohnt sich auf jeden Fall noch. Das lohnt sich genauso wie in 2023, in 2022, in 2021, in 2020. Und wahrscheinlich wird es sich jetzt auch noch in 2025, 26, 27 weiterhin lohnen, eigene Buchprojekte zu machen und zu veröffentlichen. Das heißt also, auch wenn du jetzt ein gutes Buchprojekt machst, dann wirst du wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre noch Leads mitgewinnen. Und das wird sich über sehr, sehr langen Zeitraum für dich lohnen. Eine Entscheidung, die du dabei natürlich treffen musst, ist, ob du das Buch als Free Plus Shipping verkaufst oder ob du wirklich einen Preis für das Buch ansetzt und dann nochmal Versandkosten oder mit kostenlosen Versand arbeitest. Das hat natürlich auch eine mentale Wirkung, das Ganze. Wenn du einen wirklichen Preis für ein Buch ansetzt, bekommt das Buch natürlich an sich eine höhere Wertigkeit. Wenn du das Buch verschenkst und nur Versandkosten erhebst, sinkt natürlich die wahrgenommene Wertigkeit dieses Buches etwas. Das hat tatsächlich gar keinen so großen Einfluss. Also wir betreuen mehrere Buchprojekte und haben da Einblick. Und in beiden Varianten, wir haben Bücher, die für 15, 20 Euro wirklich als Buch verkauft werden. Und wir haben Bücher, die verschenkt werden, wo nur die Versandkosten bezahlt werden. Und man kann jetzt gar nicht pauschal sagen, dass das eine besser als das andere funktioniert. Sicherlich wirst du mit einem Buch, was du für 20 Euro verkaufst, weniger Exemplare verkaufen als ein Buch, was du verschenkst. Das ist, denke ich mal, logisch. Das heißt, wir betrachten das Ganze ja auch oft in Bezug auf die Werbekosten, die dahinter stecken. Denn irgendwie muss das Buch ja unter die Leute gebracht werden. Dazu eignen sich sehr gut Facebook, Instagram und YouTube Werbeanzeigen. Und da sieht man natürlich, dass die Kosten pro Akquisition, also die Kosten, die es dich an Werbung kostet, um so ein Buch zu verkaufen, bei einem Buch, was verschenkt wird, niedriger sind. Bei einem Buch, was verkauft wird, sind sie höher. Jetzt musst du natürlich gegenrechnen, dass du bei einem Buch, was verkauft wird, ja auch wieder eine Einnahme hast. So, bei einem Buch, was du verschenkst, hast du eigentlich keine Einnahme. Aber das kann man noch ein bisschen aufrechnen, sodass sich das wieder fast ausgleicht. Dann hast du natürlich den Vorteil, dass oftmals bei einem Buch, was wirklich gegen einen normalen Preis verkauft wird, die Qualität der Käufer etwas höher ist. Bei einem Buch, was verschenkt wird, ist die Qualität vielleicht, also die guten Leute sind auch trotzdem dabei, aber du hast halt auch ein paar dabei, bin nicht so hoher Qualität. Und da musst du jetzt für dich zu einer strategischen Entscheidung kommen, ob du auf Masse gehen willst oder ob du auf Qualität gehen willst. Und das hat dann so quasi zwei Szenarien, die sich dadurch entwickeln. Wenn du auf Masse gehen willst, dann machst du natürlich ein Free Plus Shipping. Das heißt, das Buch ist kostenlos, Versandkosten 5, 6, 7 Euro maximal, die du da noch nehmen kannst und versuchst einfach so viele Bücher wie möglich in den Markt zu bringen. Das funktioniert vor allem dann gut, wenn du ein Vertriebsteam hast, was diese Käufer von den Büchern abtelefonieren kann. Weil dann hast du die maximale Menge an Telefonleads, kannst die reinholen und wirst, sag ich mal, sehr viel Neukundengeschäft über diesen Buchfunnel generieren. Wenn du so ein Buchfunnel eher machst, um dich als Experte zu positionieren, um das Vertrauen in dich etwas zu erhöhen, um vielleicht ein Mittel zu haben, was du mal Interessenten zuschicken kannst oder um Retargeting zu betreiben, dass die, die eh mit dir in Kontakt sind, auch das Buch sich holen, um dann irgendwann in ein Erstgespräch zu kommen, also wenn du das Buch eher so ein bisschen nebensächlich als Vertrauensbooster nutzen möchtest, dann reicht es auch vollkommen aus, das Buch einfach zu verkaufen. Oder wenn du vielleicht gar kein Vertriebsteam hast, sondern rein automatisiert Kunden gewinnen willst, dann kann es auch sein, dass es sich lohnt, das Buch zu verkaufen. Dann hast du schon mal ein bisschen Deckungsbeitrag für deine Werbeanzeigen aus dem Umsatzerlös vom Buch, machst dann ein paar automatische E-Mails und irgendwann kommen die Leute dann von alleine zu deinem Produkt oder zu deinem Gespräch. Das ist nicht so effizient, da lässt du natürlich Umsatz mit liegen, aber es funktioniert auch durchaus sehr gut. Und dann ist es natürlich am Ende eine Geschmackssache, willst du dein Buch verschenken oder willst du es nicht verschenken? Wobei das fast teilweise schon eine Ego-Sache ist, dass man den Wert des Buches, also so viel Zeit und Energie reingesteckt hat, es nicht verschenken möchte. Dabei würde man wahrscheinlich mehr Umsatz machen und auch mehr Menschen helfen können, wenn man es einfach verschenken würde. Und es würde sich wirklich halt besser rechnen. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Beide Wege funktionieren. Beide Wege können auch mit Werbeanzeigen gut funktionieren. Wenn du Werbung für so ein Buch schaltest, kannst du zwei Wege der Beurteilung und der Kalkulation angehen. Die eine Methode ist quasi die Break-Even-Methode, wo du versuchst, mit dem, was du in die Werbung ausgibst und was du an Umsatz direkt aus diesem Buch erzielst, ungefähr wieder bei plus minus null zu sein. Das heißt also, du gibst zum Beispiel 20 Euro aus, damit jemand dein Buch kauft und dein Buch kostet auch 20 Euro. Dann wäre das genau bei null. Du hättest genau das eingenommen, was du in Werbung ausgegeben hast. Und damit hättest du kostenlose Leads. Weil dadurch, dass sich diese Ausgaben und Einnahmen direkt decken, kannst du einfach deine Werbung aufdrehen und kannst die ganze Zeit mehr Anfragen gewinnen. Und die ganze Zeit bekommst Interessenten, Leads, Käufer für dein Buch rein und hast eigentlich keinen negativen Geldabgang. Ich sage mal so ganz grob gerechnet. Es gibt immer noch ein paar andere Kosten, die da anfallen, aber grob gerechnet. Das kannst du sogar bei einem Free-Plus-Shipping-Buch erreichen, wo du das Buch verschenkst durch Upsells, die du direkt platzierst. Ein typischer Upsell ist das Hörbuch und die E-Book-Version. Das heißt, klassischerweise kommt das Buch einfach nur per Post gedruckt zum Kunden. Jetzt kannst du aber zusätzlich auch noch ein Hörbuch mitverkaufen für 10 Euro, vielleicht noch die E-Book-Variante mit draufpacken, dass es bei 19 Euro dann als Zusatz ist und hast dann vielleicht nach deinem Buchkauf noch einen Tiny Offer, also so einen kleinen Minikurs oder so ein paar Checklisten, Templates, Vorlagen, je nachdem, was auch zu dem Buch inhaltlich passt, was du nochmal für 50 Euro verkaufst. Und so kommst du schnell auch auf einen durchschnittlichen Warenkorb von 20, 25 Euro pro Buchkauf, was du deinen Werbekosten gegenrechnen kannst und kannst dort auch auf Break-Even kommen und versuchst dann quasi sich da lang zu hangeln, ungefähr immer bei diesem Break-Even zu bleiben, alles so zu optimieren, dass du mehr oder weniger bei Plus, Minus, Null bist und nur beim kleinen Minus bist. Das ist die eine Variante, wie du rechnen und kalkulieren kannst. Die andere Variante ist dann einfach, ich habe jetzt keinen Namen für, die ist einfach aggressiver und da geht es mehr darum, einfach hinten raus in deinem Business maximal deinen Umsatz zu erhöhen mit diesem Buch. Und dabei schaust du halt nicht, ob deine Kampagne Break-Even ist, sondern du schaust, ob aus diesen Leads vom Buch über die nächsten ein, zwei Monate Käufer für deine Beratungen oder deine Coachings werden und nimmst diesen Umsatz und setzt den in ein Verhältnis zu den Werbekosten und vergleichst das mit anderen Strategien und Kampagnen, die du hast. Also als Beispiel, du hast vielleicht mit jedem Person, die das Buch kauft, machst du 30 Euro Verlust. Das heißt also, du nimmst zum Beispiel 20 Euro ein für den Buchkauf, musst aber 50 Euro in die Werbung ausgeben, also hast 30 Euro Verlust pro Buchkauf. Nimmst es aber in Kauf, ist dir egal, du skalierst es einfach weiter, drehst es einfach auf, machst es die ganze Zeit weiter und merkst dann irgendwann, dass jeder zehnte Buchkäufer kauft was für 3.000 Euro. Dann hast du 300 Euro ausgegeben für 10 Buchkäufer und hast 3.000 Euro Umsatz gemacht, weil einer von den 10en gekauft hat. Also hast du ein ROAS von 10. Das heißt also, das Zehnfache von dem, was du ausgibst, nimmst du ein an Umsatz und damit wäre das super. Das heißt, du legst zwar in deiner Werbung fürs Buch eigentlich die ganze Zeit drauf, machst aber trotzdem natürlich viel mehr Umsatz, sodass es sich sehr profitabel für dich lohnt, das so zu machen. Und genau nach dieser Betrachtungsweise würde ich auch empfehlen, vorzugehen. Da hilft natürlich Telefonvertrieb, um das Ganze zu verbessern. Da helfen gute Funnels und vor allem helfen natürlich gute Werbeanzeigen, das so aufrecht zu erhalten und auch bei hohem Budget möglichst viel und möglichst konstant Buchleads reinzubekommen. Und wenn du ein Buch hast, ein Buch planst oder vielleicht auch einen anderen Funnel machen möchtest, dann können wir für dich die besten Werbeanzeigen dafür schalten. Und um das herauszufinden, ob das für dich gerade passt, wie da die Konstellation aussieht, wie unsere Zusammenarbeit aussieht, melde dich dazu gerne mal für ein Beratungsgespräch bei uns. Das findet dann auch persönlich mit mir statt. und das kannst du unter www.digitalhoneycomp.de vereinbaren. Und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Sag bis zum nächsten Mal. Dein Alex.